Ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Social Empires. Ja, ich hab versucht, hier diese Viecher alle da reinzukriegen, aber das Ding ist schon voll und ich hab noch mehr Pätze da gekauft und irgendwie hab ich immer noch zu viele Drachen draußen. Ich weiß nicht warum. Ich hab hier schon, jo, 22 Drachen drinne. Ähm, ja, aber immer, das ist immer noch, äh, zu wenig. Ich muss da irgendwie voll viel reinpacken, damit das anscheinend weggeht. Ähm, mit den kleinen Necks, aber ich weiß es nicht. Hier seht ihr die Drachen, die schon alle da drinne sind, wenn das mal fertig geladen wäre. Wär's mal schön und hier, was ist das denn? Was ist das denn? It's electrifying. Ah ja. Lade neue Freunde ein und erhalte neue Spezialanheiten gratis. Och, das ist ja geil. Weil, guck mal, wenn man hier, äh, vier neue Freunde einlädt, um dieses Spiel zu spielen, dann kriegt man Gratiseinheiten. Jo, ganz schön, ne? So richtig schön. Und, äh, jo. Anscheinend spiele ich jetzt mal wieder in dem Reich hier. Ähm, was machen wir denn? Quests. Queste, Queste, Queste. Wenn das hier mal laden würde. Hier dauert's ja immer so lange, bis das lädt. Das ist ein Scheiß. Deswegen spiel ich ja lieber auf das andere. Was haben wir denn hier? Wir spielen. Mal, der doch mal schneller. Äh, wir spielen. Was spielen wir denn? Was ist das hier? Das ist doch die Wurminsel, ne? Die Mineralinsel, ne? Gucken wir mal, was wir auf der Mineralinsel so finden. Ach komm, nimm mal zwei Sterne diesmal. Äh. Ah, stimmt, da ist ja dieser komische Wurm nur. Naja, eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich. Ich seh schon, das ist ein bisschen besser. Seh ich. Ein bisschen besser ist es. Also, es hakt nicht mehr ganz so doll. Seht ihr ja. Nicht mehr ganz so doll. Ja, aber, äh, ja. Ich bräuchte eigentlich noch so ein Teil, um die Legs, ähm, das Haken ganz wegzumachen, damit, äh, weil ich habe immer noch viel zu viele Drachen draußen. Das ist schlimm. Äh, ich bräuchte noch so ein Teil, aber leider kann man nicht noch so ein Teil kaufen. Und immer weiter Cash reinballern bringt es ja auch nicht. Hier sehen wir hier, meine ganzen Drachen. Es sind nur noch ein paar, ein paar verbleibende, die dafür sorgen, dass ich jetzt auch nicht krepiere. Und wir gucken mal, was jetzt kommt. Jetzt kommt dieser komische Kackwurm. Wo ist denn der? Wo ist der eigentlich? Ach so, stimmt. Ah ja, der, der, der kommt ja erst noch. Hier, der kommt erst noch, wenn man hier diese Sachen da kaputt macht, ne. Ach, die haben das neu gemacht. Die haben das echt neu gemacht, ne. Hier, die haben da jetzt noch so ein Teil hingesetzt und da brats hier. Ah ja, stimmt, die haben das richtig neu gemacht hier. Ist ja geil. Ist ja echt geil gemacht. Weil, wow, ein Cerberus haben die da hingemacht. Boah, die haben ja alles neu gemacht. Das war noch nie aufgefallen. Na ja, jetzt weiß man es, ne. Scheiße. Eine Harp hier. Na ja. Oh ja, eine Harp hier. Eine Harpi ist das ja. Haben sie da hingemacht. Freut mich. Also so sieht das Ganze doch schön aus, ne. Neue Inseln sind doch immer geil. Ja. So. Machen wir hier mal irgendwie. So musste man ja nochmal machen. Ich glaub, das musste man kaputt machen. Alter, musste man den Stein rausnehmen. Dann hatte man das Ganze, ne. Ja, ist klar. Hab ich. Hab ich soweit erledigt. Und ihr seht, es ist viel flüssiger als beim letzten Mal, weil ich wirklich hier alles auch gemacht hab, damit es nicht mehr so leckt. Ich fand's immer doof. Deswegen auch kommt der Feuer. Der Feuerextremdrache arbeitet mit dem Neonextremdrachen zusammen. Ganz schön. Freut mich ja immer, wenn sich beide vertragen und der andere sonst, sonst würde der andere sagen, ey, du, boah, du klaust mir Sachen. Mein Gott, du bist echt fies. So, gucken wir mal. Die Harp hier greifen wir an. Da müsste alles hier kaputt sein, wenn wir das alles noch angreifen. Diese schöne Dekoration, die machen wir natürlich nicht kaputt. Das wär ja schade. Echt schade um die Dekoration Magma Fountain. Ist auch ne schöne Dekoration, muss ich ja mal sagen. Und da kommen schon unsere Viecher an. Freut mich echt, dass es wieder nicht, dass es wieder flüssiger läuft. So ganz so flüssig ist es noch nicht, aber wir tasten uns ran. Wie gesagt, man muss sich ja rantasten. Hier mal dein Dreherchen machen. Ui. Oh, jetzt geht's schon. Jetzt geht's. Ah ja, man muss ja nur die Skelette da kaputt machen. Die Demon Crusher sind ja eigentlich unnötig. Denn die Skelette bewachen das Teil. Hier haben wir den Bratia oder wie auch immer man das nennt. Bratia, keine Ahnung. Ähm. Jetzt können wir unseren Rockdriller da angreifen. Joach, der hat ja nur 50.000 live, ne? Nur 50.000. Was geht mehr? Wie viel hat er denn auf 3 Sterne? Hat er doch noch mehr? Wär ja geil. Ich mag's ja, wenn man hier, ich mag ja solche Maps, wo es dann am Ende so einen schönen, großen, fetten Boss gibt, den man dann kaputt kloppen muss. Finde ich ja immer sehr praktisch, so einen großen Boss zu haben. Aber in diesem Fall ist es der Rockdriller. Der drillt die ganzen Rücke. Nein, also der Rock ist ja auf Englisch hier Stein und deswegen drillt er die ganzen Rücke, also Steine. Ich bin gespannt. Ey, jetzt geh mal schneller hier. Besonders hier das Queen Beast soll mal schneller machen. Hier, spuck mal dein Ei aus hier, du Queen Beast. Schauen wir mal was Neues mit 1500 Leben. So schnell kann das gehen. So schnell hat man so einen Teil. Jetzt müsst ihr auch erst mal da reinfliegen. Das dauert. Das dauert. Hier ist der Rockdriller. Wie viel Leben hat denn der? Ach, ich meine Angriff. 20 Angriff nur. Boah, bist du schwach. Bist du ja echt schwach. Ey, geht den mal zu nah. Also, wir wollen ja nicht zu nah auf die Pelle rücken. Aber so, das ist ein bisschen doof. Und jetzt schießt das Gänze schon wieder auf das arme Würmelein ein. Das ist ja nicht so lang der Teil, ne. Aber alles schießt mal wieder drauf. Das arme Wurmteilchen. Kann sich kaum erholen hier. Der arme Rockdriller. Ach, scheiße. Jetzt ist der schon wieder... Ah, ja. Jetzt ist der schon wieder unter Wasser. Ja, unter Wasser meine ich nicht, sondern unter der Erde. Vielleicht dann überhaupt schaden. Ich weiß es gar nicht. Mal, lauf doch nicht weg, du Arschloch. Mein Gott. Du wirst eh schon so viel leben. Da brauchst du gar nicht weglaufen. Hier. Ach, hier. Mach mal hinne hier. Och, der verliert ja nur mager an Leben, sehe ich ja gerade. Ey. Wo geht der hin? Das ist ja ein flinkes Kärchen. Muss man ja sagen. Das ist sehr flink. Aber was will der die... Ach, mach zuerst die Sanddriller kaputt. Sonst taucht er nicht auf. Sonst taucht... Doch, da taucht er auf. Da taucht er auf. Und jetzt. Hier. Mach mal. Mach den mal kaputt hier. Ich kann die Leben gerade leider nicht sehen, aber eigentlich müssten die den runterhauen. Ich hab nicht mehr so viele Drachen, deswegen dauert das runterhauen etwas. Was aber... Ja. Für alles muss man warten. Ne? Jetzt stehen die alle da vor und ich kann nichts sehen. Oh, wie schön. Wie schön ihr doch seid. Ehrlich. Ihr reudigen Drachen hier. Schlimm. Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann natürlich wieder mit... Wo ist denn der? Ah, da. Dann greift wir nochmal an hier. Alles da drauf. Hier. Alles. Alles auf den Rockdriller. Was ihr habt. Gebt Gummi. Gebt Gummi wortwörtlich, ne? Ist der jetzt weg oder wo ist der? Och, Mann. Was bist du denn für ein Kack? Wie ist das denn? Ihhh, der ist grün. Ihhh. Ach du Scheiße. Jetzt ist der da neben dem Queen Beast. Na, das ist ein Scheißviech. Das ist ein wirklich Scheißviech. Es hat nur 30.000 Leben. 30.000. Guck mal, wie viele Strahlen da drauf gehen. Ganz viele Strahlen hier. Ja. Es ist unter allerhöchster Strahlenbelastung. Aber es stirbt nicht. Ja, es stirbt nicht. Es stirbt nicht. Und es stirbt nicht. Bla, bla. Blub. So ist das bei hier. Hier die ganzen Drachen schlagen drauf ein. Aber das Viech will einfach nicht sterben. Und will nicht sterben. Ist auch ein Scheißteil, ne? Könnte ja mal eine Spezialattacke machen, aber... Nö. Lassen wir mal. Lassen wir es mal mit den Spezialattacken. Wir machen lieber ein paar Minions. Vielleicht geht es dann besser. Aber ich weiß immer noch nicht, wie viel Leben das Viech noch hat. Weil ich es nicht anklicken kann. Das ist scheiße. Müsste gleich irgendwie tot sein. Wenn es so schnell so viel Leben verloren hat. Aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie meine Viecher hier agieren. Könnte auch sein, dass es noch gar nicht tot ist. Auch 20.000. Es hat noch ein bisschen mehr als 20.000. Ah ja. Verliert das überhaupt wieder Leben? Weiß ich gar nicht. Ma, jetzt stirb doch. Ma, was soll das denn hier? Der soll sterben. Ja, aber... Macht er anscheinend nicht. Wollen wir denn... Ach. Macht doch mal die ganzen Sanddriller aus dem Weg. Na gut, jetzt mach ich die Spezialattacke mal hier. Zack, zack. Damit da endlich ja Ruhe im Gelände ist. Um die ganzen Viecher. Ihr sollt den Großen da angreifen. Den Großen Wurm. Und nicht diese ganzen kleinen Gedönes da. Ne. Der Große bringt euch nur was. Die Kleinen bringen euch nichts. Und er wird immer grüner und grüner. Ich weiß nicht, was hat der denn? Warum wird der so grün? Das Grünliche, das macht mir Angst. Sieht so gefährlich aus. Jetzt wird er auch noch Lieder. Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Viech, ey? Kann man den da angreifen? Ich weiß ja nicht. Wie viel Leben hast du noch? Wie viel Leben? Ja, noch so viele. Viel zu viele Leben. Ja, jetzt gehst du sterben. Jetzt gehst du nicht sterben, du Kackviech hier. Alle draufballern und dann geht das schon. Ich glaub, dieses kleine Gedönster macht auch nicht wenig Schaden hier. Das macht auch nicht wenig Schaden. Ich glaube, das mit den ganzen Drachen da reinmachen war ein kleiner Fehler. Aber, ja, jetzt läuft es flüssiger. Das finde ich besser. Finde ich echt besser, wenn das so flüssig läuft. So, alle mal draufschießen. Alles, was ihr habt. Natürlich mal wieder draufschießen. Auf dem Rock-Trailer. Ach ja, was ich noch fragen wollte. Gehen irgendwelche Leute, die hier Social Empires gucken, auch zu Gamescom in Köln? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr da hingeht. Ist immer eine geile Messe mit geilen Leuten. Also, der perfekte Ort für Gamer. Ist immer cool da. So. So haben wir hier. Na, da hat noch viel zu viele Leben. Also, zum Thema Gamescom. Äh, vielleicht geht er ja da hin. Also, ich weiß ja nicht, wo ihr wohnt. Und wenn ja, schreibt mich doch einfach an, dass ihr auch da hingeht. Ähm, ist eine schöne Messe. Ich freue mich auf FIFA 15, auf der Gamescom. Das wird der Hit. Natürlich, wie immer. FIFA ist für Jungs sowas. Äh, sowas für, wie für Mädchen Sims. Sag ich mal. Wenn ich jetzt das bezogen auf EA nehme. Ich kann auch bezogen auf was anderes das nehmen. Aber EA ist da in dem Sinne der Größte, sag ich mal. Sims ist eher für Mädchen, FIFA eher für Jungs. Und hat sich das Ganze ausgeglichen. Wobei, Sims ist eigentlich auch lustig. Ich hab mir jetzt Sims 2 Collector's Edition, äh, beziehungsweise Ultimate Edition, hab ich mir jetzt mal geholt, was war ja kostenlos, einen angeguckt. Ist ganz lustig, wenn die da irgendwie Babys machen oder so. Also ist ein lustiges Spiel. Und das Ding hier ist gleich tot. Wollen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das müsste gleich hier weg vorm Fenster sein. Die Folge dauert mal wieder lange. Uh, ein Wunder. Ein Wunder. Ja, ich mach mal wieder längere Folgen hier. Ja, da seht ihr mal, ich kann's auch länger. Mhm. Das geht. Aber halt, wenn man Inseln macht. Dann geht die Folge wieder in die Höhe. Das ist natürlich wiederum gut, denk ich mal. So. Das Ganze auf den scheißen Monster da hauen. Kloppt alles rein. Kloppt alles rein. Das Monster ist gleich tot. Und ihr seid fertig. Wie viel hat das denn, wenn das irgendwie... Hat das dann 100.000, wenn's, äh, wenn's auf drei Sterne ist? Wäre ja heftig. Wäre mega heftig, wenn's 100.000 oder so dann hat. Ach nee, dann sind da glaube ich zwei von da. Ach du Scheiße. Zwei davon. Das ist natürlich, äh, enorm. So, und wenn da zwei davon da sind, dann ist, dann ist Ende im Gelände, sag ich mal. Und jetzt müsste das Ganze auch mal tot sein. Nja. Ein bisschen mehr als 1000.000 hat's noch, aber nach der nächsten Welle von Angriffen ist es bestimmt jetzt tot. So. Immer noch 400.000, mein Gott. So, jetzt tot, 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 tot. Es ist tot. Ihr Hünderzlust. Ach du Scheiße, der ist gestorben. Ach du Scheiße. Ein Neon Epic ist gestorben. Ach du Scheiße. Warum ist denn der gestorben? Das versteh ich aber nicht. Das versteh ich echt nicht. War mein Neon Epic... Äh. Er war noch so jung. Meinen Neon Epic Dragon hab ich jetzt verloren. Aber wir haben ja unseren, unseren Friedhof. Sag mir nicht, wir haben keinen Friedhof. Das wär ja scheiße. Wo ist denn der? Ach ja, der ist ja hier unten. Doch, wir haben einen Friedhof. Beleben. Wieder beleben. Den Neon Epic, das ist ja mein Lieblingsdache. Deswegen. Und ich hoffe, die heutige Folge hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lass so einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Social Empires wieder. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Social Empires wieder.